Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf, den wir heute in zweiter und dritter Lesung abschließend beraten, setzt die Koalition das Maßnahmenbündel zur Verbesserung der inneren Sicherheit in unserem Lande und damit zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger fort. Gleichzeitig sagen wir damit den Verbrechern, Kriminellen und der organisierten Kriminalität den Kampf an. Heute geht es zwar nur um eine kleine, aber in der Praxis sehr hilfreiche Änderung des Vereinsrechtes. Nur zwei Vorschriften wollen wir ändern, und wir schaffen keine Lex Rocker oder keine Lex Spezialis Rocker. Und es geht auch nicht, wie Sie insinuieren wollten, um unsere Gesang-, Musik- und Sportvereine. Darum geht es überhaupt nicht. Die zwei Vorschriften, die wir ändern wollen, Sie richten sich gegen alle, die unter dem Schutzmantel des Vereinsrechtes schwerste Verbrechen begehen und die innere Sicherheit und Ordnung gefährden. Die Verschärfung des Vereinsrechts ist dazu genau der richtige Weg. Gleichzeitig sind die vorgelegten zwei Verschärfungstatbestände im Vereinsgesetz alle überaus praxistauglich, wie die auf Wunsch der Opposition durchgeführte Anhörung am 12. Dezember letzten Jahres eindrucksvoll dargelegt hat. Wenn ein Gesetzesvorhaben bereits in so frühem Verfahren stand, als von Experten für die Praxis tauglich anerkannt wurde, dann ist es dieser Gesetzentwurf. Alle Praktiker waren voll des Lobes. So jedenfalls habe ich Sie in Erinnerung. Worum geht es also? Die Bundesregierung beabsichtigt mit dem Gesetzentwurf, das Kennzeichenverbot des § 9 praxistauglich auszugestalten und eine Schwachstelle des bestehenden Vereinsrechts auszumerzen. Mit der Streichung des subjektiven Merkmals des Teilens der Zielrichtung des verbotenen Vereins und der zusätzlich eingeführten Erläuterung, wann ein Kennzeichen im Wesentlichen gleicher Form verwendet wird, wird das bestehende Kennzeichenverbot nunmehr praxistauglich ausgestaltet, da die Polizei in Bund und Ländern künftig allein anhand objektiver Kriterien feststellen kann, ob ein Verein ein Kennzeichen in wesentlich gleicher Form verwendet wie der Verbotenverein. Die angestrebte Gesetzesänderung zielt vor allem auf solche Fälle der Verwendung von Kennzeichen verbotener Vereine durch selbstständige Schwestervereine ab, bei denen lediglich jeweilige Orts- und Untergliederungsbezeichnungen einfach nur ausgetauscht wurden. Ein Vereinsverbot kann ausgesprochen werden, wenn eine schwerwiegende Gefährdung der Allgemeinheit oder Straftaten nachgewiesen werden. Mit dem Verbot wird dann auch das Tragen aller Abzeichen eines solchen Vereins strafbar. Wenn das Verbot allerdings eine Ortsgruppe einer Dachorganisation betrifft, dann gilt das nicht gleichsam für die Gesamtorganisation. Deshalb durfte man bis jetzt ungestraft zum Beispiel Kutten, Fahnen und Uniformstücke und andere Abzeichen, die auf strafbare Aktivitäten oder verfassungsfeindliche Bestrebungen hindeuten, weiterverwenden. Diese Lücke zu schließen, hatten wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Auf diese Schwachstelle wies uns auch der bereits zuvor schon genannte BGH in seinem Urteil im vorletzten Jahr hin. Damals ging es um das Tragen von Rockerkutten, die verschiedenen Ortsbezeichnungen aber das gleiche Kennzeichen hatten. Diese Lücke schließt der heute zu verabschiedende Gesetzentwurf. Richtig ist an der Kritik, dass die Gesetzesinitiative kein Allheilmittel ist und wir auch nicht alles verhindern können. Aber ich sage, es ist ein vernünftiger und praxistauglicher Beitrag zur Bekämpfung von Schwerverbrechern und von Kriminalität in unserem Lande. Deshalb streite ich für diesen Entwurf und deshalb werden wir ihn heute auch mit den Stimmen unserer Koalition in Kraft setzen. Künftig stellt § 9 des Vereinsgesetzes klare und objektive Kriterien auf, mit Hilfe derer unsere Polizei feststellen kann, ob ein im Wesentlichen gleiches Kennzeichen verwendet wird, was bereits verboten ist. Warum wollen wir diese Verschärfung? Wir wissen, dass Rockergruppen, darunter die sogenannten bereits hier schon erwähnten Outlaw Motorcycle Gangs, die Organisationsfreiheit unseres Vereinsrechts ausnutzen. Sie segeln unter der Tarnung und dem Schutz der Freiheit, sich zu versammeln und zusammenzuschließen. Sie nennen sich harmlos Motorradclub, fahren augenscheinlich mit ihren benzinbetriebenen Feuerstühlen brav über unsere Straßen, lassen sich den Wind freudig und das Näschen wehen, genießen die Sonne bei der Ausfahrt, sind stolz darauf und tragen mit Überzeugung ihre zum Teil bedrohlich aussehenden, uniformähnlichen Monturen. Klingt alles soweit harmlos und hört sich echt gut an. Doch weit gefehlt. Dieses gestellt verharmlosende Bild ist natürlich nicht die Realität. In der Realität handelt es sich um Clubs, die für schwerste Verbrechen und eine ganze Reihe von Straftaten der organisierten Kriminalität stehen. Sie betreiben Drogen- und Menschenhandel, Zuhälterei und Prostitution, Gemalttaten bis hin zu Mord und Totschlag. Sie sind damit organisierte Kriminalität. Und die Kutten sind ihr Heiligtum. Und da wollen wir ran. Natürlich ist nicht jeder Motorradfahrer schwerstkriminell. Das wissen wir auch. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber allen Kriminellen darunter gilt es beherzt, dem Kampf anzusagen, sie dingfest zu machen und ihnen die volle Härte des Gesetzes entgegenzubringen. Dem dient der vorgelegte Gesetzentwurf. Er ist ein praxistaugliches Mittel für unsere Polizeibehörden. Deshalb verdient er unsere Zustimmung. Und deshalb sollte er heute auch mit klarem Votum in Kraft gesetzt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Polizei hat große Herausforderungen zu bestehen. Gerade auch, und wir wissen das, in diesen Zeiten. Geben wir Ihnen die nötige Unterstützung. Die brauchen Sie. Und das Gesetz hilft Ihnen dabei. Und deshalb werden wir es auch heute auf den Weg bringen. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächste Rednerin spricht Susanne Mittag für die SPD-Fraktion. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.